herzlichen glückwunsch herzlich willkommen der präses wird sie gleich mit glückwünschen unseren blumen wir freuen uns auf sie und auch die nächsten jahre und danken gott dass sie hier bei uns anfangen ganz herzlichen dank das ist ein großer vertrauensbeweis und noch relativ überwältigt muss ich sagen vielen herzlichen dank herzlichen glückwunsch schade für die braunschweige kirche aber da habe ich begrenztes mitleid etwas näher das ist eine ganz ungewohnte situation das ging auch so schnell wie war ich das immer gewohnt da wurde die urne wurde dann kreisen gelassen dann ging man raus dann hat man so eine spannung gehabt dann kam jemand wieder rein dann wurde geflüstert und das ist alles irgendwie weggefallen das ging sehr schnell gut muss mir erst mal den gedanken gewöhnen vielen herzlichen dank